Nach vielen Jahren harte Arbeit geht man in Pension. Man hat sich das auch schwer verliebt, doch das ist jetzt der Lohn. Die Gesundheit und den Lebensrund soll man sicher halten. Wir sind zwar schon ein Jahr in Reich, aber gehör' nicht zu den Alten. Ganz allein durchs Alte gehen, find' ich auch nicht fein. Das braucht's auch nicht, das muss nicht sein, zum Glück gibt's den Verein. Agile, bemüht und sehr charmant, sind immer für euch da. Ob Tante, Helga, Onkel Franz und für die Oma Mann. Zu Hause in der Küche hocken, das macht nicht immer Spaß. Doch gesellig in der Nächtenrunde, das hat sicher was. Auch Ausflugsfahrten sind sehr schön und auch sehr billig. Wir freuen uns schon sehr darauf, dass es die bald wieder geht. Und dann, wenn du da bist, wenn du da bist, wenn du da bist, im Verein. Agil, bemüht und sehr charmant, sind immer für euch da, für Tante Helga und für Franz und für die Oma Mann. Drum schließt euch an in unsere Rund beim Weichseher Seniorenbund. Drum schließt euch an in unsere Rund beim Weichseher Seniorenbund. Tanzen, wandern, Kartenspielen und auf Eistock schießen. Ein Endgespräch mit Nöttelei könnt ihr bei uns genießen. Drum geben wir euch noch mal den Weg und den sollt ihr euch merken. Ruft's bei uns an, macht's bei uns mit, das wird euch sicher stecken. Ganz allein durchs alte Gehen find ich auch nicht fein. Das braucht's auch nicht, es muss nicht sein, denn es gibt den Verein. Agil, bemüht und sehr charmant, sind immer für euch da, für Tante Helga, Onkel Franz und für die Oma Mann. Drum schließt euch an in unsere Rund beim Weichseher Seniorenbund. Drum schließt euch an in unsere Rund beim Weichseher Seniorenbund.